Hallo und herzlich willkommen beim Invest Invest YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hurtnagel. Und heute wieder ein super spannendes Thema. Es geht auch ein bisschen um die Politik. Es geht um die Rohstoffe. Es geht darum, wohin gehen die Zinsen in den USA. Und natürlich geht es darum, dass die USA kapituliert gegenüber China. Bevor wir aber jetzt mit dem harten Content loslegen, vergesst nicht, wir haben derzeit eine Aktion wieder bis 15. Januar. Das ist unsere gesamte Jahresmitgliedschaft für dieses Jahr 2021. Gibt plus kostenlos unser Buch den Generationencrash und kostenlos dazu das Seminarbuch im Wert von 134 Euro. Nicht entgehen lassen, lieber Hannes. Legen wir aber jetzt los. Es ist wieder soweit. Dieses Jahr wird definitiv geopolitisch zwischen China und USA einiges passieren. Und wir sehen ja schon, dass gerade politisch gesehen, also innerhalb der Politik der Einfluss von China nicht nur in den USA zwar, was jetzt das Thema ist, aber auch global natürlich stark zugenommen, Herr Hannes. Was hast du uns heute mitgebracht? Ganz richtig, Benjamin. Wir haben ja schon viele Videos darüber gebracht, sondern für sich, wie China seine Fühler in der Welt ausbreitet, wie China die USA, wie China Europa infiltriert, was für eine Meinung von der CCB, der kommunistischen Partei in China, da über die Welt mehr oder weniger herrscht. Und wie sie das Ganze mit ihrem Digitalbankgeld, mit ihrer Kontrolle, mit ihrer wirtschaftlichen Macht mehr oder weniger die ganze Welt diktieren wollen. Man kann fast schon sagen, White House Down mittlerweile Benjamin in den USA spitzt sich die Lage auch am Präsidentschaftswahlkampf noch ein letztes Mal zu. Schauen wir, was passiert, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Wie gesagt, wir haben spannende Wahlen in Georgia, wo es um die wichtigsten, wichtigsten, ja, kann man so sagen, die wichtigsten Senatssitze, die zwei Sitze geht, die dann mehr oder weniger über das ganze Haus entscheiden, wer das Haus mehr oder weniger dann dominiert. Und von dem her wird es ganz, ganz spannend. Auch am 6. Jänner dann Benjamin, der große Showdown um die Präsidentschaftswahlkampf. Kommt noch eine Überraschung oder bleibt es der Ben dabei, dass Biden President-elected ist und Kamilla Harris mit ihm ins Weiße Haus am 20. Jänner einziehen wird. Alles noch ungewiss, warten wir jetzt ab. Benjamin, eines ist aber gewiss, und zwar die Ukraine hat verkündet, dass offiziell gegen beide Bidens, also gegen Joe und seinen Sohn, ermittelt wird wegen Korruption. Eine Riesen-Hammerschlagzeile gegen einen President-elected wird ermittelt wegen Korruption. Aber nur findet man im Mainstream leider nichts darüber. Man findet weder in den großen Schlagzeilen in den USA, Fox News berichtet darüber, am wahrscheinlich schon niemand, und in Europa gar nichts. Man feiert den heilsbringenden Joe Biden, der die Liebe und die Familie und den Krieg zurück in die USA bringt, aber man sagt nichts über Ermittlungen gegen ihn. Auch sagt man nichts über ihn über kürzlich aufgedauchte und von Rudy Giuliani in Umlauf gebrachte Bilder von Hunter Biden, die ihn da in sehr interessanter Weise zeigen. Auch davon hört man in den Medien nichts. Das ist für mich schon ein bisschen spannend, wie gesagt. Man hat in den USA keine Mühe mehr oder weniger über den Ehezustand von Donald und Melania Trump zu berichten. Da wird alles dokumentiert. Wenn eine Handstellung, ein Augenblick mehr oder weniger, alles verdokumentiert, aber solche massiven Einschnitte über einen gewählten, anscheinend gewählten Präsidenten berichtet man nicht. Auch was noch fehlt bei dem Main ist der Bericht von Radcliffe, der Bericht, ob ausländische, schrägstrich, chinesische Wahleinmischung bei den Wahlen stattgefunden hat. Und was dieser Bericht dann beinhaltet, ist schon mehr oder weniger ein bisschen durchgesickert. Da ist schon relativ viel raus, dass massive Wahleinmischung gegeben hat. Aber da wird der Bericht dann erwartet man den Bericht natürlich noch ab und sehen uns dann an, was da drinnen steht. Benjamin, aber warum geht die USA so unter? Warum mehr oder weniger lässt sich das Ganze China nicht mehr aufhalten? War es wirklich der China-Virus, wie Donald Trump ihn nennt, der das Ganze zum Sturz jetzt bringt, das ganze System? Oder sind da schon vorausgegangen viele, viele Fehltritte? Also es sind, wie du schon sagst, viele, viele Fehltritte vorausgegangen. Aber ich bin immer noch der Meinung, und es gibt auch super viel Research darüber, dass einfach im Jahre 2000, 2001, dass China einfach damals eben die große Macht eigentlich bekommen hat. Warum? Weil man einfach alles outgesoßt hat, Hannes, nach China die ganze Produktion ausgelagert hat. Und die Produktion ist ja immer der, der die Produktion hat, der hat das Geld, der hat das Sagen, so sagt man es auch. Nur wir hatten so ein Extrem, dass die ganze Welt eben kurzsichtig gedacht hat, dass man den Konsum weiterfinanziert mit niedrigen Zinsen, billig im Ausland produziert, und dann quasi deren Konsum finanzieren kann in Billiglohnländern, eben durch die Produktion. Aber natürlich ist auch durch diese Billigproduktion mittlerweile ein großer Wohlstand entstanden und Billigproduktion gibt es schon lange nicht mehr, Hannes. Jetzt sieht es eher anders aus. China ist der Nummer eins Rohstoffimporteur der Welt und da haben wir heute eine Grafik mitgebracht, die darf man nicht außer Acht lassen, denn man sieht hier, dass die Industrierohstoffe, also in Orange, völlig durch die Decke gehen, seit dem Pandemie-Tief. Die Rohstoffe explodieren und eigentlich, was man hier überlagert sieht, sind die 10-jährigen US-Zinsen. Die müssten eigentlich steigen, weil eben diese Industrierohstoffe ein genialer Inflationsindikator in den USA auch sind. Das darf man niemals vergessen. Was man jetzt aber sieht, ist, dass die 10-jährigen Zinsen um 90 Basispunkte rentieren, Hannes, aber die Industrierohstoffe komplett durch die Decke gehen. Das bedeutet, die Zinsen in den USA sollten eigentlich steigen, was natürlich auf die US-Wirtschaft einen enormen Druck ausübt, weil dadurch der Dollar eben schwächer wird und dadurch die USA als Netto-Importeur aller Waren mit einer schwachen Währung diesen Wohlstand nicht mehr finanzieren kann. Und natürlich ist das wieder für die Chinesen sehr, sehr gut. Umso schwächer die USA ist, umso schwächer der Dollar ist, Hannes, und umso eher das System an die Grenzen gerät in den USA, da freuen sich natürlich dann die Chinesen, weil ein wankender USA ist immer gut für China. Benjamin, jetzt verstehe ich doch die Welt nicht mehr. Wir in Europa haben doch die USA so kritisiert dafür, Donald Trump so kritisiert dafür, dass er die Produktion wieder zurückgeholtert hat in die USA. Da war ja da unmenschlechthin den armen, armen Chinesen da, die Produktion zu entziehen wieder, um eigenständig zu sein in den USA, um Pharmaindustrie in den USA wieder selber produzieren zu können, um wirklich auch technologischen Mehrwert in den USA wieder selber zu produzieren. Vollkommen richtiger Weg, Hannes. Und da war er natürlich wirklich fatal von ihm an und für sich. Schauen wir, ob sich das vielleicht doch noch bezahlt macht für die USA. Ganz spannend, Benjamin, Donald Trump, unter Donald Trump war ja nicht er, aber unter ihm ist diese Produktion zurück in die USA verlagert worden. Man hat begonnen, damit es zurück zu verlagern. Und auch ein Stück weit nach Südamerika. So, und dann kommt, wie ihn Donald Trump nennt, ich zitiere natürlich nur, der China-Virus daher. Und dann, lustigerweise, machen demokratische Bundesstaaten einen kompletten Lockdown. Wie zum Beispiel Michigan und New York. Und diese beiden Bundesstaaten sind demokratisch regiert, im Gegensatz zu Bundesstaaten wie Florida und Texas, die das Ganze nicht so gemacht haben. Und zwar kleine Einschränkungen gehabt haben, aber mittlerweile auch vom Lockdown komplett meilenweit weg sind. Ich glaube, in Michigan ist der dritte Lockdown mittlerweile. Und jetzt ist aber das Spannende, Benjamin, und das ist für mich fast schon, ich kann das fast nicht glauben, aber die höchsten Zahlen an Ansteckungen, an Todeszahlen, an Hospitalisierungen, haben wir in den Bundesstaaten, Michigan und New York. Genau jene, was die Wirtschaft komplett gesperrt haben. Genau jene, was den kompletten Lockdown gemacht haben. Wesentlich höhere Zahlen als in Florida, als in Texas. Und das ist für mich schon ganz, ganz spannend. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, Hannes, ganz klar, das schöne Wetter. Das schöne Wetter in Texas, die Freundlichkeit, die Freude der Menschen macht bestimmt viel aus, bin ich auch der Meinung. Aber das haben wir auch in Kalifornien. Und in Kalifornien sind die Zahlen genauso dramatisch und schlecht. Trotz Lockdown und in den anderen Bundesstaaten, die im Offen sind, sind sie nicht schlecht. Und Benjamin, da kommt noch eines dazu. New York, Michigan, Kalifornien haben eine Flucht. Die Menschen mit Geld verlassen die Bundesstaaten in Schaden. Sie ziehen wohin? Nach Texas, nach Florida. Also dasselbe Spiel wieder. Und da kann man einfach erkennen, Benjamin, wohin die Reise in meinen Augen geht. Menschen, die bereit sind, sich anzupassen, die bereit sind, Leistung zu vollbringen, die bereit sind, etwas zu leisten, die wollen das tun. Und die wollen sich nicht von Lockdowns, von Bürosverboten, von allen möglichen Auflagen hindern lassen. Die wollen einen Mehrwert in die Gesellschaft bringen. Die wollen etwas leisten. Die wollen auch entlohnt werden für diese Leistung. Und genau das erleben wir momentan in den USA, in einer, ja, noch nie, in meinen Augen, noch nie dagewesenen Spaltung. Denn noch nie war das Mindset auch in den USA so gespalten. Zumindest seit vielen, vielen, 1776, seit da nicht mehr. Und von dem her ist es schon richtig, richtig spannend, in meinen Augen, was da jetzt passiert in den USA. Ich würde die USA ganz persönlich noch nicht abschreiben. USA steigt auf zur Weltmacht Nummer 1. China steigt auf zur Weltmacht Nummer 1. Ohne China würde es nicht gehen. China hat die Welt infiltriert. Doch vor allem leidend darunter Benjamin wird nicht die USA, sondern wird Europa. Europa ist in den Händen mehr oder weniger von China. Und das schon eine lange Zeit. Europa hat sich selbst aufgegeben. Europäische Politiker fördern das Ganze noch. Und damit, glaube ich, einfach hat nicht die USA das große Problem. Die haben einen Umbruch. Die haben einen Aufbruch vielleicht gewissermaßen auch. Vielleicht sind sie in ein paar Jahren nicht mehr Weltmacht Nummer 1, aber sie spielen am globalen Tisch weiterhin mit. Im Gegensatz zu Europa, das in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das ist einfach so, Hannes. Der Sozialismus ist einfach eingezogen in der EU. Das ist einfach so. Da kann jetzt jeder sagen, was er möchte. Das ist eindeutig verifizierbar. Eindeutig nicht mehr ein freier Markt. Was ein freier Markt bedeutet, ist schon lange nicht mehr vorhanden. Gerade in der EU wird einfach der Sozialismus. Es ist ein sozialistisches Projekt. Nennen wir es, wie es ist. Es ist einfach Fakt. Und vielleicht eins möchte ich aber nochmal zu der Grafik von vorher sagen, die ich nochmal einblenden will. Eigentlich sollten die Zinsen 200 Basispunkte höher stehen. Das heißt, wir müssen eigentlich schon 2%, 2,5% sehen an Zinslast, die in den USA anfällt. Und natürlich, das wird auch auf die europäischen Zinsen Druck ausüben. Und das bedeutet, das forciert die Notenbanken noch viel mehr, diese Zinsen weiterhin zu drücken. Aber das hat einen Preis und es ist die Währungsabwertung. Wo wir wieder zum Thema 2021 und große Inflation, rückliche Inflation kommen, meine Lieben. Bitte, bitte aufpassen. Da muss man wirklich drauf schauen. Das wird ein ganz, ganz, ganz heißes Thema. Wen interessiert, was im Jahre 2021 so richtig angesagt ist? Welche Assetklassen so richtig performen? Wir haben natürlich auch noch unser Prepare for 21 Seminar, das man bei uns im Shop buchen kann. Und gleichzeitig die Jahresmitgliedschaft komplett kostenlos obendrauf hinzubuchen kann. Dann ist man perfekt, glaube ich, wirklich perfekt aufgestellt für das Jahr 2021, Hannes. Und ja, du hast vollkommen recht. Die EU muss sich im wahrsten Sinne des Votes komplett neu erfinden, damit wir wieder einen blauen Himmel vor uns sehen können. Ganz richtig, Benjamin. Ich würde einfach sagen, make Europe work again, make Europe free again, make Europe health again. Und dann kommen wir wieder in die Selbstverantwortung rein, in die Eigenverantwortung rein. Und dann kann das ganze Spiel wieder von vorne beginnen und wir dürfen mit Sammlung was aufbauen. Kommen wir da ein bisschen, vielleicht machen wir es den USA ein bisschen gleich, raus aus der Verantwortungsabgabe, rein in die Selbstverantwortung, schaffen wir ein Fair System. Und das heute, hier und jetzt, 2021 ist prädestiniert dafür. Ja, und bitte vergesst natürlich nicht, dieses Video zu teilen. Ganz, ganz wichtig. Das hat große Auswirkungen für jeden, der in der EU sitzt. Für Deutschland natürlich als Exporteur. Ja, Netto-Exporteur, Rekord-Weltmeister, sagt man, der Rekord-Export-Weltmeister. Gerade für Deutschland hat es Riesenauswirkungen, was hier gerade kommt, in China und USA. Deswegen unbedingt teilen dieses Video. Abonnieren auch unseren Kanal. Das ist ganz wichtig. Unbedingt abonnieren. Und ja, abschließend, Hannes, darf man nicht eins vergessen, gerade 2021 schlafen die Zyklen sicherlich nicht. Nutzen wir deshalb jetzt gemeinsam die Chancen daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.